So, wir sind wieder bei einer spaßigen Runde Overwatch Competitive und wie man sehen kann bin ich so einiges aufgestiegen, 1923, ist knapp vor Gold, ich hoffe ich schaff's noch in der Season wie ich erfahren hab, soll es wohl nächste Woche schon wieder zu Ende sein. Ich hab wie gesagt schon ein paar gespielt, da werde ich jetzt vielleicht nochmal ein paar Highlights einblenden, die ich so gehabt hatte. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal rein, wow. Wir haben jetzt mal angewöhnt, dass ich jetzt immer mal warte, was die so nehmen und ich nehme dann so als letztes. Deswegen habe ich auch manchmal Reaper gespielt oder Soldier. Ja, jetzt komme ich langsam wieder rein, ach du Scheiße. Ja, anscheinend schon. Gott, jetzt bin ich da langsam wieder drin. Anscheinend bin ich komplett kalt geworden innerhalb von 10 Minuten, die ich gegessen hab. Okay, nach, bitte hol die aus mir, ey. Wo ist sie denn? Ach, da ist noch eine kleine Mercy, ja komm doch her. Du willst Stress haben, ja Mercy? Ah, ich hab grad gedacht, die ist selber schon runtergesprungen. Das wäre natürlich auch gut gewesen. Nee, du machst jetzt nicht deine Ulti. Ich hoffe, ich hab sie damit jetzt abgebrochen. Ich glaub schon. Aber das geht dir dann nicht mehr mit dem Patch. Dann wird ja sie unsterblich. Ups. Ach, Pharah, halt. Echt. Ernsthaft. Pharah, bitte nicht. Die kommen echt nicht so selber auf die Idee, dass sie jetzt als Reaper zum Beispiel nicht die Pharah töten können. Darauf kommen sie jetzt nicht wirklich, ne? Das verstehen sie irgendwie nicht. Ja. Jetzt spiel ich schon wieder angemessen. Treff alle Hooks. 69%. Ui. Huhu. Wie hab ich denn das wieder gut gemacht am Anfang, wo ich nicht getroffen hab? Wie gesagt, wenn man, wenn man halt nachlädt und er dieses Zeug, diesen Müll reinstopft und sobald er das reingestopft hat, dann kannst du halt hooken oder healen und dann ist es, wenn du es dann fertig bist damit, dann ist es wieder aufgeladen. So ein kleiner Lifehack, den wahrscheinlich wieder alle wissen. Aber für die, die genauso dumm sind wie ich, die wissen es jetzt. Die ein bisschen positiv denken. Ach ja, so kann man auf jeden Fall sein Positivdenken beginnen, ne? Die Pharah geht schon wieder maßlos auf den Sack. Da ist die Pharah noch, okay. Na, sieht doch gut aus. Nice. Und fertig. So, wenn wir jetzt noch den zweiten kriegen, das wäre natürlich... Das hätte ich echt nicht gedacht. Wenn wir jetzt noch den zweiten kriegen würden, hätte ich nie erwartet. Also der Anfang sah so kacke aus. Das hätte ich nie erwartet, dass wir das noch so drehen. Ja. Ne, du hast hier gar keine Visier. Mein Freund. Ach man, Pharah. Alles klar. Ja. Ja. Wo ist es? Irgendwo ziemlich laut. Ach, hier. Ja. Easy. Oh. Nice. Dankeschön. Ist tot. Ich muss mal... Oh, das war... Ach, komm. Als ob. Ich wollte gerade sagen, das war knapp. Das war nice. Ist das da ein Pästchen? Ach, komm. Ach, als ob ich hasse Widow. Ach, jetzt wechseln die auch noch alle. Akui, ey. Ach, halt doch. Die Scheiße. Ey, nee. Wirklich. Ich muss es nicht noch schlimmer machen, als es ist. Ach, hinter mir ist jetzt... Och, ey. Wirklich. Ey, das ist doch echt Rotze. Ach, Mann. Ich bin immer tot. Ach, das ist doch... Ein bisschen draufkloppen. Das wird schon. Okay, das wird doch nicht. Ach. Ach, kill doch diesen Bastion. Ja. Amts auch, sie schaffen nicht noch den Checkpoint. Das wäre echt scheiße. Wehe, sie schaffen den Checkpoint. Das wäre so scheiße. Das wäre so richtig kacke. Nein. Geht auf die Fracht. Die haben es nicht geschafft, oder? Ach, zum Glück. Geht doch zu der Fracht. Hallo. Es ist niemand da und es geht... Es geht keiner auf die Fracht. Geht's noch? Ist das gerade euer Scheißernst? Es ist niemand bei der Fracht und ihr geht da nicht hin? Ihr hättet gerade... Och, ist nicht euer Ernst. Ihr hättet gerade echt fast beenden können und ihr habt es nicht gemacht, ne? Ach, Mann. Die hätten es verdammt beenden können. Sie hätten es einfach beenden können. Und sie gehen nicht zu der Scheißfracht, ey. Seid ihr komplett bescheuert? Ernsthaft? Ihr hättet es beenden können und seid nicht zu der Fracht gegangen. Ihr habt einfach da... Ihr standet einfach daneben. Oh, ist das euer Kackernst? Ja, ich weiß, es war ziemlich langweilig und auch extrem scheiße gespielt. Nicht nur von mir, es war halt einfach komplett... Weiß nicht, das war schon wieder so ein Downtag. Es tut mir wirklich leid. Aber trotzdem hoffe ich, dass es euch unterhalten hat. Es hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns im Outro und vielleicht auch im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.